Hallo liebe Einrichtungsbegeisterten! Wir haben gestern ja schon ein Video gezeigt, wie wir uns auf Kunden vorbereiten, wenn die zu uns zu Besuch kommen, ob das jetzt mit einer leckeren Tasse Kaffee ist oder einer tollen Materialkollage oder auch selbstgezeichneten Handskizzen. Wir sind immer gut auf sie vorbereitet und beraten sie sehr gerne. Jetzt will ich einfach mal zeigen, was wir alles so am PC machen und was wir ihnen auch per Mail zuschicken können, damit sie einfach mal Eindrücke von uns bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt und gerne seine Ankleider einrichten möchte, dann haben wir immer eine passende Präsentation bereit. Zum Beispiel hier eine von Kleiderschränken, wo wir einfach verschiedene Kleiderschrankhersteller oder auch Systeme zeigen, ob es jetzt offene Systeme sind, mit Drehtüren, mit Schiebetüren. Wir haben alles im Petto und da kann man sich einfach mal einen Einbrief verschaffen, was wir alles so haben. Dann geht es weiter. Wir haben natürlich auch verschiedene Planungssysteme, vor allem von Roche-Bourgois. Das wir sehr oft benutzen. Hier sieht man zum Beispiel einfach den Grundriss von unserem eigenen Store. Man kann auch 3D-Visualisierung dadurch erzeugen, dass einfach alles ein bisschen weiter veranschaulicht. Und dann kann man ihnen sofort vermitteln, wie die Möbel bei ihnen daheim aussehen werden. Es geht natürlich auch mit Farben, mit verschiedenen Mustern. Diese ganzen 3D-Visualisierungen sind immer in einer sehr guten Qualität. Und wir haben verschiedene Hersteller, können verschiedene Sachen anbieten. Und dann gibt es halt verschiedene Grundrisse. Wir können Schnitte, wir können Ansichten machen, wir können ganz viel ihnen bieten und ihnen dann zukommen lassen. Oder sie kommen natürlich für einen Termin vorbei. Und dann haben sie ja schon gesehen, was wir für sie vorbereiten. Ich wünsche Ihnen allen noch eine gute Zeit. Und wir sind hier fleißig dabei. Und genau. Und tschüss.